So, wenn du machst, dann kommst du ihn jetzt füttern. Rechte Hand oder bis links hin da rein. Sonst geht es mit der rechten Fässer. So fein. So fein ist das. So fein. So, jetzt ist er das erste Mal da in tiefem Schnee für dich. So eine Ehre, gell? Geh, Burli? Ist das eine Ehre? Keine Meinung. Ich kann die weiter hinten umgreifen. So, so fein ist das, gell, Schatzi? So feiner Bua. Jetzt ist er halt zum Anschauen auch so schön. Ich glaube, das letzte Mal hat er auch Winterfell gehabt, wie du da warst, gell? Hat er noch gehabt. Weil das ist halt schon noch schöner wie im Sommer. Gell, Bucchi-Bär? So brav ist Pucchi bist du. So brav ist Pucchi. Bist du wohl warm genug angezogen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat viel Bärenspuck hier auf deinen Fingern. Besonders wertvoll.